Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ja, Fitzi, historischer Tag. Zunächst einmal die Frage, haben Sie sich heute vom Spiel her den Abschluss bekommen, den Sie sich gewünscht haben? Ja, auf jeden Fall haben wir den Abschluss bekommen, den wir uns gewünscht haben. Eigentlich schon am Montag mit dem Endspiel und heute nochmals das letzte Punktespiel, dass wir das erfolgreich gestalten konnten. Finde ich jetzt für uns alle, vor allem für die Mannschaft natürlich, einen tollen Abschluss. Das andere ist ja bekannt, dass es uns jetzt nicht mehr geben wird. Und ja, das bedauern wir natürlich sehr. Aber wie gesagt, der Abschluss, das Wetter, die Kulisse waren heute toll. Wir sind toll unterstützt worden von den Fans. Das fand ich nochmal eine ganz tolle Geschichte, dass zum letzten Spiel so viele Fans ins Amateurstadion gekommen sind und unsere Mannschaft auf diesem Weg begleitet haben noch. Seit den 50ern gibt es die KSC-Amateure. Ich glaube, größter Erfolg war der Einzug in die dritte Runde des DFB-Pokals, soweit ich mich erinnern kann. Ja, was ziehen Sie für ein Fazit aus dieser nun knapp oder etwa 60-jährigen Geschichte? Mehr als 60 Jahre sind über 70 Jahre, wenn man es genau nimmt. Aber es stimmt schon, Anfang der 60er Jahre ist es mit der Amateurliga so losgegangen. Und ich muss sagen, ich bedauere das natürlich sehr, weil ich selber ein Teil sein durfte. Ich durfte drei Jahre in der ersten Amateurliga spielen. Und wenn man dann das begleitet, wie jetzt hier das letzte Spiel, es tut dann schon weh. Aber man muss sagen, es war eine tolle Zeit für unsere Zweiermannschaft. Wir haben immer in der höchsten oder meistens in der höchsten Amateurliga gespielt. Wir haben sehr erfolgreich gespielt, sind eigentlich nur zwangsabgestiegen. Und ich muss sagen, ich glaube, 65 war auch eine Amateurmeisterschaft zu verzeichnen. Und ansonsten waren wir eigentlich auch immer relativ erfolgreich. Und wie gesagt, ja, wir haben also sehr viele Spieler, ich sage mal, mitgestalten können, mitformen können, die irgendwann irgendwo im Profifußball heute auch noch aktiv sind. Und auch in der Vergangenheit, das weiß man, das hat man mittlerweile ja überall gelesen und gehört, wer da alles so durchgeschleust wurde. Es ist sehr bedauerlich, dass wir diesen Weg gehen müssen als Verein. Und ja, ich hoffe, dass es irgendwie dann doch letztendlich zum Erfolg führen wird, ja, für uns, für den Verein. Kann man sagen, sagt niemals nie und man sieht sich immer zweimal oder man sieht sich wieder? Gut, meine Lebenserfahrung ist so, man sieht sich im Leben tatsächlich zweimal wieder. Das kann ich so in manchen privaten Bereichen natürlich so behaupten, dass es immer wieder mal passiert. Aber hier im sportlichen Bereich wird es relativ schwer, weil wenn man hier wieder anfangen muss, muss man wirklich ganz unten anfangen. Und was die Zukunft bringen wird, wir werden sehen. Ich hoffe nur, dass es letztendlich eine positive Geschichte für den Verein werden wird. Das andere, wie gesagt, schon bedauern wir alle, auch das Umfeld und so weiter, kann es zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ganz verstehen, warum wir unsere gute zweite Mannschaft auflösen müssen. Aber wie gesagt, es ist ja schon überall bekannt gewesen, wirtschaftliche Gründe sind einfach der Grund. Ja, nicht die sportlichen, die wirtschaftlichen Gründe. Und ja, da kann man noch so sehr bedauern. Wir können es leider nicht mehr ändern. Möchten Sie auf diesem Wege über die Kamera, über FUBA.TV noch Worte an die Fans oder vielleicht an die Mannschaft und den Verein richten? Ja, ich kann sagen, ich hatte eine tolle Zeit. Ich bin jetzt hier in etwa 15 Jahren, habe lange Zeit die Regionalliga mit begleiten dürfen, habe lange Zeit jetzt auch hier die Mannschaften begleiten dürfen. Das war immer ein tolles Erlebnis, tolle Jungs, muss ich sagen, tolle Einstellung. Und da kann man wirklich nur Danke sagen, weil es hat einem Spaß gemacht. Man hat natürlich auch viel Zeit geopfert, ganz klar. Aber es hat man gerne gemacht, weil man gesehen hat, die Jungs, die sind willig, die sind, das ist auch eine gute Qualität da. Und von daher bin ich eigentlich recht zufrieden und wünsche natürlich jedem Einzelnen, sportlich, privat, beruflich natürlich den Erfolg, den er sich wünscht. Und wie gesagt, auch an unsere Fans. Wir haben in der letzten Zeit, ich sage mal, eine kleine Gruppe an Fans gehabt für die Amas, aber die waren immer da. Das war eine tolle Sache. Heute war es eine größere Gruppe. Das war auch toll, dass die, ich sage mal, von den Profis, die Supporters und so weiter, dass die sich hier eingesetzt haben und unserer Mannschaft einen schönen, in Anführungszeichen, Abschied beschert haben. Herr Fizzi, vielen Dank für das Interview, wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute auf Ihrem weiteren Weg. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Und irgendwo auf dem Sportplatz wird man sich wiedersehen. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de Bis zum nächsten Mal.